Hier präsentieren wir die 5 beste Einkaufswagentrolli-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Als günstiger Einkaufswagen mit Tasche und großen Rollen macht der Trolli von Hopper eine sehr gute Figur. Er kann frei stehen, verfügt über eine sehr große Einkaufstasche und bietet einen ergonomischen Haltegriff. Dank des geringen Gewichtes von insgesamt nur 1,8 kg bei einer Größe von 60 x 33 x 24 cm ist er sehr transportabel, wendig und leicht zu schieben. Die Tasche fasst 47 Liter, was auch für einen größeren Einkauf völlig ausreicht. Sie ist aus Polyester gefertigt und erwies sich im Test als sehr robust und wasserabweisend. Trotz des geringen Gewichtes kann er problemlos bis etwa 35 kg belastet werden, ohne dass Kippgefahr besteht. Wenn Sie ein sehr günstiges aber dennoch funktionales Modell kaufen möchten, sollten Sie sich den ST40 von Hopper auf jeden Fall genauer anschauen. Nummer 4. Das Modell von Andersen Royal ist zwar relativ preisintensiv, bietet dafür aber ein gelungenes Gesamtpaket aus hochwertigem Gestell, gut verarbeiteten Reifen und einer hervorragenden Tasche. Das Gestell verfügt über je einen klappbaren Bügel und Griff und ist aus Aluminium gefertigt, sodass es mit einem Gewicht von 2,7 kg ohne Tasche noch angenehm leicht, aber bis 50 kg belastbar ist. Dank Hängefex lässt es sich hervorragend und einfach am Einkaufswagen befestigen und ist mit einer zusätzlichen Erweiterung sowie der passenden Kupplung auch als Fahrradanhänger für das Auto verwendbar. Die Tasche ist wasserfest, wiegt rund 800 Gramm und ist mit Reflektoren, einem Schirmfach sowie einem Thermofach für Tiefkühlware 12 Liter versehen. Das Volumen ist mit 43 Litern ebenfalls großzügig bemessen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3 Der Einkaufstrolli von Gimmel überzeugte im Test durch ein sehr robustes Stahlgestell mit einer maximalen Belastbarkeit von 30 kg. Die Tasche ist sehr geräumig und hat ein Fassungsvermögen von 56 Litern. Damit sind doch größere Einkäufe kein Problem. Die Tasche ist aus Polyester gefertigt und lässt sich dank des Schnürverschlusses einfach öffnen und schließen. Preislich bewegt sich der 50,8 x 40,6 x 102 cm große und nur 1,4 kg schwere Wagen im unteren Mittelfeld, wodurch sich ein insgesamt sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ergibt. Nummer 2 Das Modell von Bremermann überzeugte vor allem durch seine hervorragend verarbeitete und große abnehmbare Tasche, die auch separat per Schultergurt verwendet werden kann. Der Trolley selbst besteht aus Aluminium, Kunststoff und Metall und misst 45 x 96 x 33,5 cm bei einem Gewicht von 2,1 kg. Im Vergleich zu teureren Gestellen ist er etwas einfacher verarbeitet, was sich auch durch seine maximale Tragkraft von rund 25 kg zeigt. Allerdings lässt es sich mit Hilfe zweier Haken gut am Einkaufswagen befestigen, sodass der Einkauf auch mit zusätzlichen Wagen kein Problem ist. Die Leichtlaufräder sind jedoch aus Kunststoff gefertigt, was insbesondere auf glatten Böden dazu führen kann, dass sie wegrutschen können. Oben am Gestell gibt es eine Hängefix-Vorrichtung zum Einhängen am Einkaufswagen im Supermarkt, wodurch sich ein guter Zusatznutzen für den Einkauf ergibt. Und die Nummer 1 unserer Liste Als Testsieger und damit bester Einkaufswagen bzw. Einkaufsriller konnte sich das Modell von Rollsett durchsetzen. Das in vier Farbvarianten erhältliche Modell bietet eine geräumige Tasche, die 38 Liter Fassungsvermögen hat und wiegt dennoch insgesamt nur rund 1,4 kg. Zudem lässt sich das preislich im unteren Mittelfeld angesiedelte Modell auf den laufruhigen Gummirollen auch auf unwegsamem Untergrund sehr gut bewegen, sodass sie den Trolley auch auf Schotterwegen oder gepflasterten Straßen gut fortbewegen können. Die Gesamtmasse betragen 35 x 30 x 97,5 cm, wodurch sie das Modell problemlos aufrecht gehend und rückenschonend schieben können. Die Tasche kann mit einem Handgriff abgenommen werden und die maximale Belastbarkeit ist mit 40 kg für den Einkauf absolut ausreichend. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.